Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Testbericht für www.bluetooth-lautschweicher-infos.de. Ich habe vor circa einem Jahr bereits den JBL Xtreme 1 getestet und da gibt es jetzt einen Nachfolger, den seht ihr hier, der heißt hier drüben, seht ihr es, JBL Xtreme 2. Den werde ich jetzt testen, mir genau anschauen und im Verlauf dieses Testberichts werde ich auf die Unterschiede zwischen diesen zwei Modellen eingehen. Außerdem werde ich das Ganze auch nochmal als Tabelle herausarbeiten und die Tabelle findet ihr dann im Testbericht. Den Link dazu gibt es wie immer unten in der Videobeschreibung. Wir beginnen jetzt erstmal mit der Verpackung, da sehen wir hier direkt vorne den Lautsprecher und da unten sehen wir 15 Stunden Laufzeit. Ich drehe das Ganze jetzt mal auf die Rückseite, da gibt es nämlich noch ein paar kleine Informationen. Hier nochmal 15 Stunden Laufzeit IPX7 Wasserschutz. IPX7 heißt, ihr könnt den Lautsprecher rein theoretisch bis zu 30 Minuten in bis zu 1 Meter tiefes Wasser tauchen. Das ist natürlich sinnfrei, also warum sollte man das ausprobieren? Wichtig ist auf jeden Fall immer der Spritzwasserschutz, das heißt am Pool, wenn der mal einen Spritzer abkriegt oder auf der Grillparty einer quasi hier mit der Sektflasche da mal kurz den Lautsprecher erwischt, dann ist der nicht kaputt, sondern das hält der aus. Als nächstes haben wir hier noch USB Charge Out. Damit ist vermutlich gemeint, dass dieser Lautsprecher hier wie auch der Xtreme 1 und die Boombox hinten über USB-Anschlüsse verfügt und quasi als Powerbank genutzt werden kann, um beispielsweise Tablets oder Handys aufzuladen. Das werde ich mir aber noch genau anschauen. Als nächstes ist es ein JBL Connect Plus Lautsprecher und da hat sich der eine oder andere schon gefragt, wie das aussieht. Also wenn ihr die Lautsprecher verbinden wollt mit JBL Connect Plus, dann braucht ihr einen weiteren JBL Connect Plus Lautsprecher. Das heißt im Klartext, ihr könnt ein JBL Xtreme 2 nicht mit einem JBL Xtreme 1 quasi verbinden, weil der hier, der 2er ist JBL Connect Plus fähig und der JBL Xtreme 1 ist nur Connect fähig. Also der hat quasi nicht Connect Plus, deswegen kann man nicht verbinden. Das war es jetzt hier erstmal von der Verpackung und jetzt beginne ich direkt hier mit dem Unboxing. Im Inneren haben wir jetzt hier den Lautsprecher und dann nehme ich mal das Ganze hier heraus und zwar vorsichtig, genau. Ich nehme jetzt erstmal die Plastikteile hier weg, die brauche ich jetzt nicht. Dann lege ich den Lautsprecher mal ganz kurz beiseite und hole noch das Zubehör hier raus. Dann kann ich nämlich den Karton entfernen. Der stört mich hier nämlich beim Unboxing sonst. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Zuerst einmal schauen wir uns jetzt den Lautsprecher an. Das ist natürlich das Interessanteste hier. Den muss ich mal kurz hier von dieser Schutzfolie befreien. Ich habe die Folie jetzt entfernt und das hier ist der Xtreme 2. Da sehen wir direkt einige Veränderungen im Design, also die sind mir aufgefallen. Hier oben sieht das ein bisschen anders aus. Die Klappe ist jetzt endlich eine Gummiklappe. Beim Xtreme 2 war das noch so ein eigenartiger Reißverschluss. Da kam man kaum an die Anschlüsse ran. Das war ein bisschen eine Fummelei, sage ich jetzt mal, etwas unpraktisch. Und ja, das ist eben der Lautsprecher. An sich so vom Design sind sie sich natürlich treu geblieben. Das ist das typische JBL-Design. Das findet ihr auch bei der Boombox oder beim Flip 4, beim Charge 3 oder beim JBL Xtreme 1. Wie gesagt, das ist das typische JBL-Design. Als nächstes schaue ich mir das Zubehör an. Und da haben wir ja zuallererst einmal hier in diesem Karton. Und in diesem Karton, was befindet sich darin? Lass mal kurz aufmachen. Wir haben also in diesem Karton hier eine Tragelasche. Und zwar habt ihr ja gesehen, hier oben am Lautsprecher sind solche Metallhaken. Das heißt, dort könnt ihr hier ganz einfach diese Haken hier einhaken. Beziehungsweise andersrum. Und das ist jetzt gerade ein bisschen eigenartig. Wie kriege ich die Haken da rein? So. Das kann man also hier einhaken. Und dann hat man quasi eine Tragelasche, eine Tragehalterung am Lautsprecher. Das gab es beim Xtreme 1 aber auch schon. Ich hake das mal kurz hier ein. Also ihr seht jetzt hier, jetzt habe ich quasi hier dieses Band dran. Das kann ich auch verstellen. Ihr habt ja so einen Regler, könnt das quasi in der Länge verstellen. Auf jeden Fall praktisch. Dann kann man den nämlich auch ganz gut herumtragen. Dann haben wir natürlich noch weiteres Zubehör. Und das ist vermutlich ein Netzteil samt Anleitung. Ja, korrekt. Das ist die Anleitung in Papierform. Bei den Anleitungen von JBL gehe ich immer hin und lade die von der Homepage runter. Da gibt es die als PDF. Da ist das Ganze ein bisschen einfacher zu lesen. Und vor allen Dingen auch größer, weil das ist hier relativ klein gedruckt. Und ja, man kann auch nicht zoomen. Das geht in der PDF eben. Als nächstes haben wir hier dann auch wieder ein normales Netzteil. Hier und jetzt vermutlich noch die Stromkabel. Da schaue ich jetzt gerade auch mal rein. Da haben wir hier wieder die zwei typischen Kandidaten. Damit meine ich zuallererst einmal haben wir hier ein Kabel. Das ist hier wieder dieser typische Commonwealth-Stecker. Und zwar sieht er so aus. Den braucht ihr zum Beispiel in England. Also wie gesagt, das ist der Commonwealth-Stecker. Den brauche ich jetzt hier natürlich nicht in Deutschland, sondern da liegt noch ein EU-Stecker bei. Das ist der normale Stecker, den wir eben hier kennen. Der sieht so aus. Und dieses Ende kommt dann hier ins Netzteil rein. Und klar, dann wird der Lautsprecher eben so aufgeladen. Das war es jetzt hier erstmal vom Lieferumfang. Wir haben hier eben den Lautsprecher. Wir haben hier das Netzteil, die Anleitung. Und natürlich die Verpackung, logischerweise. Und ich werde mir jetzt diesen Lautsprecher hier sehr genau anschauen. Ich werde mir alle Elemente anschauen. Ich werde außerdem im Verlauf des Tests das Ganze noch mit dem JBL Xtreme 1 vergleichen. Und werde auch mal schauen, wie der Klang sich verändert hat, wenn er sich verändert hat. Außerdem werde ich das im Testartikel noch herausarbeiten. Das habe ich ja bereits erwähnt. Wer es eilig hat, kann natürlich direkt in den Testartikel gehen. Link unten in der Videobeschreibung. Wer jetzt noch weiter Zeit hat, der kann sich auch das ganze Video anschauen. Da werde ich eben hier auch alles detailliert erklären. Wie gesagt, dies und mehr gibt es nun im Anschluss. Aufladen und Pairing Der Xtreme 2 verfügt wie auch die JBL Boombox über ein Netzteil und zwei Stromkabel. Wir benötigen das Kabel mit dem EU-Stecker. Mit diesem Kabel habe ich den Lautsprecher an den Strom angeschlossen. Unten an der Front des Lautsprechers gibt es fünf LEDs. Diese leuchten je nach aktuellem Ladestand auf. Jede LED steht für 20% mehr Ladestand. Zwei LEDs sind also 40%, drei, 60% und so weiter. Wenn dann alle fünf LEDs leuchten, dann ist der 10.000 mAh Akku zu 100% voll geladen. Um den Akku voll aufzuladen, werden etwa 3,5 Stunden benötigt. Mit vollgeladenem Akku hält der Lautsprecher dann für bis zu 15 Stunden. Info Wenn der Lautsprecher eingeschaltet wird, leuchten die Ladestands-LEDs für etwa 30 Sekunden auf, zeigen also den aktuellen Ladestand an und erlöschen dann wieder. Wenn wir den Lautsprecher anschalten und vorher noch kein Smartphone verbunden wurde, dann beginnt die Power-Taste blau zu blinken. Das symbolisiert uns, dass der Pairing-Modus aktiv ist. Also habe ich die Bluetooth-Einstellung meines Smartphones geöffnet und dann dort den Xtreme 2 ausgewählt. Die Verbindung erfolgt problemlos und fertig. Bedienelemente und Anschlüsse Der JBL Xtreme 2 hat haargenau dieselben Tasten wie auch die JBL Boombox. Im Bild seht ihr diese sechs Tasten. Ganz links haben wir die Bluetooth-Taste, mit der man den Pairing-Modus manuell aktivieren kann. Des Weiteren gibt es auch hier eine Plus- und eine Minus-Taste, mit welcher die Lautstärke reguliert werden kann. Mittig hervorgehoben haben wir die Power-Taste und daneben die Connect-Plus-Taste. Mit der Connect-Plus-Taste können mehrere Connect-Plus-fähige JBL-Lautsprecher miteinander verbunden werden. Wichtig ist jedoch, dass dies nur mit weiteren Connect-Plus-fähigen JBL-Modellen funktioniert. Der JBL Xtreme 1 ist zum Beispiel nicht Connect-Plus-fähig. Die letzte Taste in Form eines Dreiecks ist die Multifunktionstaste. Mit dieser Taste kann die Musik pausiert oder fortgesetzt werden. Allerdings kann die Taste über die App auch so belegt werden, dass sie den Sprachassistenten des Smartphones aktiviert. Auf der Rückseite befindet sich eine Gummiklappe und dahinter befinden sich die Anschlüsse. Beim Xtreme 1 war das noch etwas anders, denn da gab es nur einen fummeligen Reißverschluss. Die Gummiklappe ist definitiv eine gute Verbesserung. Links haben wir einen 3,5 mm Klinke-Anschluss und rechts daneben den Service-Anschluss. Dann haben wir hier noch einen großen USB-Anschluss. Der Xtreme 2 kann nämlich wie auch der Xtreme 1 als Powerbank genutzt werden und wenn ihr an den USB-Anschluss ein Smartphone anschließt, so wird dieses aufgeladen. Der Xtreme 2 hat wie gesagt nur einen USB-Anschluss. Der Xtreme 1 dagegen hatte noch zwei USB-Anschlüsse. Zu guter Letzt haben wir natürlich noch den Stromanschluss. Verarbeitung und Design Der Xtreme 2 bleibt auch hier der aktuellen JBL-Design-Linie treu und er ist mit dem typischen Textilmaterial überzogen, welches beispielsweise auch beim Flip 4 oder der Boombox zum Einsatz kommt. Der Xtreme 2 hat gegenüber dem Xtreme 1 ein Update in puncto Wasserschutz erhalten, denn er ist IPX7 geschützt. Der Xtreme 1 war dagegen nur spritzwassergeschützt. Die Metallösen wurden verändert und sie wirken jetzt solider. Es verläuft nun ein Metallring um den Lautsprecher, welcher in den Metallösen endet. Am besten sieht man dies auf der Rückseite, da hier die Gummiflächen transparent sind. Auch der Gummifuß ist breiter geworden und transparent. Beim Xtreme 1 waren die Metallösen etwas kleiner und es gab keine transparenten Gummiflächen. Ob das jetzt eine direkte Verbesserung ist, kann ich nicht genau sagen. Meinem Empfinden nach ist das eine Geschmacksfrage in puncto Design. Auch die seitlichen passiven Radiatoren unterscheiden sich auf der Außenseite. Beim Xtreme 2 haben diese eine Struktur und das Logo oder ein Ausrufezeichen als Symbol. Außerdem sind sie mit Gummi beschichtet. Beim Xtreme 1 wirken die Radiatoren metallischer und das Logo ist abgebildet. Das Trageband des Xtreme 2 wirkt hochwertiger als das des Xtreme 1. Mit Hilfe des Tragebands kann der Xtreme 2 sehr gut transportiert werden, beziehungsweise er lässt sich leicht umhängen. Der JPL Xtreme 2 wiegt etwa 2366 Gramm und ist ca. 29 cm breit, 13,5 cm hoch und 12,5 cm tief. Der sichtbare Radiatorteil, welcher mit Gummi überzogen ist, hat einen Durchmesser von etwa 7 cm. Das Design ist wie von JBL gewohnt generell schick und modern. Auch die Verarbeitung wirkt qualitativ hochwertig. Die App Ich habe mir die App auch angeschaut und habe dazu ein separates Video erstellt, welches ich euch in der Videobeschreibung verlinke. Das Mikrofon Der Lautsprecher kann zum Freisprechen bzw. Telefonieren verwendet werden. Wie sich eine Aufnahme anhört, das folgt jetzt. Dies ist eine Testaufnahme mit dem JBL Xtreme 2 und ich befinde mich jetzt ungefähr in 30 cm Abstand vor dem Lautsprecher und spreche ganz normal. Der Lautsprecher steht vor mir auf dem Tisch. Ich werde jetzt aufstehen und begebe mich jetzt auf ca. 1 m Entfernung vom Lautsprecher und spreche ganz normal weiter. Jetzt begebe ich mich auf 2 m Entfernung und spreche einfach normal weiter. Ich werde mich jetzt ganz langsam wieder dem Lautsprecher nähern und knie mich jetzt wieder direkt vor dem Lautsprecher hin. Bin also quasi mit meinem Mund auf Höhe des Lautsprechers. Ein Abstand 30 cm. Ich nähere mich jetzt langsam. Jetzt bin ich auf 15 cm Abstand. Jetzt bin ich auf ca. 10 cm. Und jetzt spreche ich direkt in den Lautsprecher hinein. Das heißt, ich berühre mit meinen Lippen fast den Lautsprecher selbst und ich entferne mich jetzt wieder langsam und spreche weiter. Jetzt bin ich wieder auf 30 cm. Ihr habt jetzt eben gehört, wie sich der Lautsprecher anhört und könnt euch jetzt euer eigenes Bild von der Aufnahmqualität machen. Der Klang Der Klang Der Klang Der Klang Der Klang ARD Text im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wie auch bei der Boombox kann ich beim Xtreme 2 keine Schwächen im Klang finden. Meiner Meinung nach ist der Klang sehr gut. Bei einem Preis von aktuell 300 Euro aber auch das, was ich erwarte. Bei Rap, Metal oder Techno kommt der schöne Tiefenbass sehr gut zur Geltung, aber auch die Mitten und Höhen sind klar und deutlich. Aber auch ruhigere Lieder wie Susan Vegas' Gypsy oder die Piano-Version von Where's My Mind klingen sauber und klar. Der Bass ist kräftig und besonders bei basschargen Liedern ist dies sehr wichtig. In einem Abstand von ca. 1,5 Metern habe ich eine maximale Lautstärke von 82 bis 83 Dezibel gemessen. Bei der Boombox hatte ich in 1,5 Metern 90 Dezibel gemessen. 10 Dezibel Unterschied wären eine Verdopplung der Lautstärke. Wir haben hier also etwa 70 bis 80 Prozent Unterschied zwischen den beiden. Die Lautstärke des Xtreme 2 und des Xtreme 1 empfinde ich als etwa gleichlaut. Der Xtreme 2 und der Xtreme 1 haben unterschiedlich große Hoch- und Tieftöner verbaut. Der Klang ist auch etwas anders, aber dazu komme ich gleich noch. Jetzt werfen wir einen Blick auf das Frequenzspektrum des Xtreme 2. Wir sehen hier deutlich, dass der Tiefenbass kräftig ist. Die Kurve verläuft an sich solide, nur bei etwa 4500 Hz haben wir einen kurzen Abfall. Ich habe einmal die Kurve des Xtreme 2 und des Xtreme 1 übereinandergelegt, damit wir grob den Unterschied im Verlauf der Kurve sehen können. Die schwarze Linie ist hier die Kurve des Xtreme 1. Wir sehen hier, dass sich beim Xtreme 2 klanglich etwas getan hat. Der Kurvenverlauf des Xtreme 2 ist solider. Besonders auffällig ist der Bereich ab ca. 14000 Hz. Ich habe die Kurve des Xtreme 2 aber auch noch auf die des Waffendale Diamond 10.1 gelegt. Die beiden Kurven sind sehr nahe beieinander. Doch wer klingt jetzt besser, der Xtreme 1 oder der Xtreme 2? Meinem Empfinden nach klingt der Xtreme 2 besser. Der ist aber auch momentan fast 100 Euro teurer. Der Xtreme 1 wird vermutlich jetzt im Preis sinken bzw. er ist schon gesunken. Ich kann empfehlen, euch einfach beide Lautsprecher zu bestellen und diese dann abwechselnd Probe zu hören. Wenn ihr dann sagt, dass euch der Klangunterschied 100 Euro wert ist, dann kauft den Xtreme 2. Falls ihr natürlich Connect Plus haben wollt, müsst ihr direkt zum Xtreme 2 greifen. Meinem Empfinden nach ist der Klang des Xtreme 2 wirklich sehr gut. Unterschiede zwischen dem Xtreme 1 und dem Xtreme 2 Die Unterschiede zwischen den beiden Lautsprechern werde ich in einer Tabelle im Testartikel noch einmal übersichtlich herausarbeiten. Außerdem werde ich in der nächsten Woche noch einen detaillierten Artikel mit Bildvergleichen auf www.bluetooth-lautsprecher-infos.de veröffentlichen. Eventuell folgt dazu auch noch ein Video. Mein Fazit Der Xtreme 2 ist ein würdiger Nachfolger, bei dem der Klang etwas verbessert und auch einige Details verändert wurden. Dass der Xtreme 2 nun über eine Gummiklappe anstatt eines Reißverschlusses verfügt, ist auf jeden Fall sehr gut. Das hängt aber auch damit zusammen, dass er nun IPX7 wasserfest ist. Wenn ihr Connect Plus haben wollt, dann müsst ihr den Xtreme 2 nehmen, denn der Xtreme 1 hat keine Connect Plus-Fähigkeit. Der JBL Xtreme 2 klingt etwas besser als der Xtreme 1. Einen groben Eindruck gibt es im Klangvergleich auf www.bluetooth-lautsprecher-infos.de Ich verlinke euch wie immer alles aber unten in der Videobeschreibung. Alles in allem ist der Xtreme 2 ein sehr guter und schicker Lautsprecher mit einem sehr guten Klang. Das war ein weiterer Testbericht von mir und ich hoffe, er hilft dir weiter. Den Link zum Produkt und zum Testartikel findest du unten in der Videobeschreibung. Das war's von mir, ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video.